Wir modellieren jetzt mit Moody Lee Master ein Gesicht auf diese Leinwand. Aber weil wir meinen dreckigen Teppich nicht dreckiger machen wollen, hat meine Mutter mir extra so ein Teil gekauft, weil sie weiß, dass ich viel dreckiger mache. Die Transition war actually cool, zum ersten Mal. Mit meiner Schere machen wir uns das jetzt hier auf. Was ist das für ein Scam? Das ist einfach orange und hier ist einfach weiß. Ich wollte weißen Moody Lee Masse. Weil ich meine Hände nicht dreckig machen will, tun wir es jetzt einfach hier abschneiden. Es knelt mir ein bisschen durch, damit er ein bisschen weicher wird. Ich skiziere jetzt hier erstmal ein Gesicht drauf. Er sieht jetzt, was auch immer, sieht irgendwie vertraue ich aus, aber egal. Das ist jetzt nicht in der Mitte, aber das ist egal. So, wir formen uns jetzt hier ein paar Bobbel. Die verteilen wir jetzt hier ein bisschen aus dem Papier und jetzt haben wir das. Ich weiß jetzt halt nicht genau, wo Hochgebirge und wo Tiefgebirge ist, aber ich gucke einfach, wie es passt. Natürlich ein bisschen Wasser, dann geben wir hier drauf und tun es hier anarbeiten. Einfach Erokesenschnitt oder wie es heißt. Das ist für irgendwie ein Kussmund. Also wenn ich so mache, dann, oh, wo ist Mund? Dort Mund. Ein witziges Atom. So, schnapp, schnapp, jetzt machen wir eine Lippe. Rein da, so werden Nasenlöcher gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, im Bauch eurer Mutter ist halt auch so eine Schere. Das finde ich auch wie Popel. Ein paar zwei Mamis an.